Neues Fahrzeug! Letzte Fahrzeug-Sammlung, verfügbar! Du hast noch nicht getan, was ich gefragt habe! Warum brauche ich dich? Brumm brumm brumm! Hm, brumm brumm brumm. So, jetzt kann ich zu dem Typen hoch. Hier ist das nicht. Äh, 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 äh... Die sind da eigentlich zwei, so eine Aufgaben-People. Du bist immer noch da drin? So... Ich glaube, jetzt kommt gleich eine Zwischensequenz, Stefan. Okay, ich erzähle jetzt erstmal was. So, Killer. Little Count Carburetor sagt, du musst durch die Kugel schlafen. Ich gehe nach Gastel. Sicher, du bist. Ja, ich weiß viel über Gastel und der Job. Ich schaue die Kugel in und aus dem ganzen Tag. Du willst etwas? Sag es. Es ist kein Schwer zu sprechen, ist es? All right. Ich habe gesehen, das Harpoon-Teil von deinem. Nicht schlecht. Es ist ein bisschen etwas extra, doch. Es ist ein... Final Flourish, sagen wir mal. Und das ist, wo du kommst? Die Kugel sieht gut aus, aber es hat eine Weakness. Die Hinges. Und dein Harpoon könnte sein die Kugel. Aber nicht mit diesem Weak-Jag-Tip. Du brauchst ein Stück größer. Das heißt, die Talent. Und du hast es? Okay. Dann müssen wir jetzt zu Dimrim und uns... die Haken für die Harpoon holen. Ganz klar, ne? Ja. Habe ich mir auch schon gedacht, dass wir das theoretisch noch machen müssen. Ja. Ja. Das ist geil. Dann gibt er uns jetzt die Harpunen-Verstärkung. Zumindest später. Einsteigen. Äh, einsteigen? Danke. Okay. Cool. Er durfte jetzt... Einige Bandit, die nennt Dimrim, hat einen Jag-Tip für die Harpoon. Die Talon. Ich werde dich von ihm nehmen. Wahrscheinlich? Ja. Wir brauchen etwas stärkeres. Ja. Aber ich wüsste, dass niemand diese Talon ausbebebe. ohne einen Kampf. Ich brauche es. Ich gehe es nicht. Was passiert, passiert. Da ganz hinten ist einer markiert. Aber vorher ist schon Dimrim. Und wir müssen ja zu Dimrim. Also, Hinrim. Ja. Vielleicht, äh, ich markiere den Punkt mal. Ich glaube nämlich, da vorne ist eine Schlucht. Also nicht so, wie sie rüberkommen. Ich habe ja schon mal gesagt in irgendeinem Video. Äh, wollte ich dir nochmal noch erzählen, Stefan. Dass mich das so ein bisschen erinnert an das eine Jack & Dexter, wo du in der Wüste immer so eine Autos hattest. Mhm. Nur, dass das hier natürlich etwas weniger kindlich gemacht ist. Ja, ich glaube, das ist ja auch eine andere Zielgruppe. Ja. Ach, da ist er schon. Dimrim, wo bist du? Dimrim? Ja. Ein Kolonierundgang entdeckt? Finde Dimrims Kolonne. Dimrim. Wo ist deine Kolonne? Eine Klononne? Ja. Muss ich doch hier bestimmt. Und nur fort rumfahren. Ach, hier. Hallo. Seid ihr böse? Die sind böse! Hättest du das erwartet. Ja, aber der eine... Das verstehe ich nicht ganz. Traunt sich der eine da gerade? Irgendwie komme ich ja manchmal nicht ganz mit, warum mir was passiert. Ich glaube, ich muss den befreien. Irgendwie. Oder so. Kann ich. Yes. Den haben wir schon mal raus. Oh. Etwas explodet. Mist, da komme ich nicht ran. Kann ich den da hinten? Den kann ich snacken. Uh. Kann man echt... ...cohle Fahrzeugkämpfe machen. Um den da drüben. Ne. Um den seinen Reifen. Was ist das? Ich will das Fahrzeug nicht ran. Ich will das Fahrzeug nicht ran. Aus einer Rasenbüller-Motorotfahrer lang. Du fährst wie hier. Jetzt kann ich ihn erwischen. Jetzt habe ich nur noch den Starken hier. The leader is exposed. What? Kann ich ihm trotzdem was andern mit meiner Bruder? Ne, ne? Nein, nicht. Muss ich ihn weiterhin rammen. Nein. 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 Na, du wirst mich doch nicht... Der hat mich angegriffen. Watto. Nein. Ich stecke in Steinen. Aus Gas. Wir dürfen sie nicht verlieren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Nein. Nein. aber das gefühl ich trage auf jeden fall zum spielgeschehen bei jeden fall man kann das sein dass ich den gar nicht hier zu stören muss sondern echt dem dem slaster so wie es da oben stehen das kann nicht sein wenn es da steht dann ist nicht die aufschlagung wenn ich jetzt noch ein tor wo noch mal die hapone kann ich doch hier einfach waha nein warum ist mich nicht Du bramst mich nicht! Hast du gelacht? Ne, eigentlich hat's gut. Das ist fast dasselbe. So lustig bist du denn auch wieder nicht. Ich weiß. Ich kann überhaupt nicht... Scheiße! Aus Fahrzeug steigen! Mein Fahrzeug geht kaputt! Jetzt überfährt er mich noch. Aber den habe ich doch sowieso verloren, wenn mein Fahrzeug jetzt gespringt wird, oder? Hä? Genau, er stellt sich einfach rauf und repariert. Kannst du dich beeilen? Ich möchte einsteigen. Ist dieser Glatzkopf, der ist repariert? Ja, der glatzköpfige Buckel, Stefan. Es ist doch... ...der Typ, der auch den Zombie gespielt hat in Warm Buddies. Hast du Warm Buddies gesehen? Hast du das Spiel reingeguckt? Nein, das ist nicht der im Spiel. Nicht der von dem Film, ne. Achso, geht er nicht. Ist wirklich schon wuckliger. Schade. Ich dachte, die haben auch das ähnlich an den. Nee, es gibt... Nicht wirklich. Zombie-Film. Ach, ist das hier mit dieser Liebesstory da? Ja. Den habe ich nicht gesehen. Ist das nicht der Film, wo das und das passiert? Keine Frage. Willst du mich verarschen, oder was? Nein, so. Ja, jetzt haben sie auf einmal mehr Fahrzeuge. Was heißt das? Können die schwimmen? Und der hat wieder Panzer um drauf. Äh, äh, klein gerissen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Hallo? Oh, dieses Fahrzeug macht mich kirre. Hä, wo kommt er denn jetzt her? Oh, du willst dich mit mir räumen? Hä? Kann ich dich ausbremsen? Scheiße, ich hab keine Zeit zu reparieren. Ja, 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 dein. Wow. Schnell! Schnell, Viterli! Was trinkst du am liebsten? Etwas, das vitalisierend ist. Schwere Kost. Das ist wohl ein Milchschnitt. Schwere Kost. Aber doch nicht hier mit Milchschnitte. Ja, Viterli, das ist wie immer recht. Am besten du bist Politiker. Kann der Typ mich in Ruhe lassen? Der Rampen. Ja, ich kann ihn rausziehen, oder? Hab ich denn verloren? Oh, was ist mein Auto? Hm. Sieht mir ein bisschen stückelig da unten drauf. Ich kann nicht hier einsteigen. Du willst mich doch nicht hier rammen. Ah! Der wollte mich rammen. Aber gut, du reparierst. Nein, der will mich schon wieder rammen. Alter, die Reparatur hat ja nichts gebracht jetzt. Ich verzweifle dir mal direkt ins Arsch. Scheiße. Ja, wenn ich jetzt noch so einen Ramramramabtrick, dann bin ich gleich im Arsch. Iiii. Und der verfolgt mich die ganze Zeit. Der soll sich verpieseln. Der denkt nur, weil der ein zu hohes Level hat, könnte dich besuchen. Oh oh. Reparier's. Ich muss aufsteigen, sorry. Reparier's einfach. Ah! Kann ich den nicht einfach rausziehen hier? Er kann das? Der steigt aus. Wenn ich den jetzt kleinen Müsli, Müsli mache. Ja. Klein Müsli. Schnell was? Was stand da? Schnell Reparatur? Das ist nicht mal mein Auto. Das will ich nicht reparieren. Jetzt ist es voll repariert. Jetzt musste ich nur noch zu dem hinfahren. Ich müsste es eigentlich geschafft haben, wenn nicht jetzt wieder eine neue Kolonne da ist. Oh, hier kommt der hauptische Duster! Ja. Niemand hier. Achso, ich muss ihn ja zerstören. Gebe nach, Mika. Ja, ich habe eine Schutzschungsschung. Aber nicht weit, bitte. Ach, draußen sind schon wieder irgendwelche Verrückten auf der Straße, die lachen. ja genau so so wie erst wenn ich das so mache ne ich mich in ruhe magst du das nö magst du nicht aber ich habe doch hier so eine schnippe oder habe ich das nicht ich dachte ich hatte eine oder ging das anders ich ramm den einfach zu tode dachte ich kann darauf ballern attacke und 12 ram komischerweise wird unser fahrzeug dadurch war nicht beschädigt äh ist er jetzt kaputt oder steht immer noch ich muss ihn zerstören ach so er hatte noch ein fitz durch den leben also was ist das denn wenn ein kolonnen anführer besiegt wurde kann seine kühlerfigur eingesammelt werden spolk trotz abenteuerst aber glück hier er hat dicke schrottteile dabei das heißt für eine kühlerfigur kühlerfigur willst du diese kühlerfigur anbauen ok vorne anbauen hinten anbauen verlassen sieht ausgesunken mission abgestchlossen ach dann ich verstehe dann kann ich quasi diese roten gestrichelten strecken hier benutzen um kühlerfiguren zu sammeln gott und bringt mir sonst was außer dass sie es ja wir müssen wohin zu gt schafft man das denn noch die anzubauen ja locker sicher man da steht wo ist das ist das auto was ich vorhin kaputt gemacht ja das kann ich noch mitnehmen fahr ich mit dem dahin das ist doch ganz praktisch er ist nicht genau derselbe die ich schon hatte keine ahnung leute keine ahnung oh der hört sich viel brutaler an das ist ja nicht so ein zug wenn er fährt ok der hat auch riesige auspuffe püffe ich peffs nebenbei den turm umgenietet war hier nicht mal ein scharfschütze attackiert er mich noch oder kann ich hier kurz einsammeln ich hoffe ich kann kurz hier mal ein bisschen schrott snacken ein dickes schrottteil mhm ach ja dick schrottteil ähm wieso kannst du eigentlich reparieren ne ich würde nicht für meinen wertvollen schrott reparieren diese scheiß kist hier so fahr mal weiter aber ja ich vel